Mein Name ist Micky Wiesel Und das sind meine ermutigenden Geschichten Heute geht es um den Gottheld Du haust die Dinge nicht kurz und klein Du flüsterst Mutparolen in mein Herz Du füllst Blei in meine Beine, wenn ich standhalten will Den Angreifern gibst du keins auf die Mütze Aber du stehst bei den Schwachen und machst sie stark Dein Halfter ist leer, du zeigst nicht, wo es lang geht Du bist der Weg Die Seelenmonster unter meinem Bett vertreibst du Und in meinen Träumen machst du mich groß Du bist Nachtvertreiber, große Schwester Ich bin da, du bist der Gottheld Damit wünsche ich euch einen schönen Tag Euch allen eine schöne Adventswoche Glaube bedeutet für mich Eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben Mein Lebensziel empfinde ich Als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft Dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist Dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will Okay? Okay? Okay?